Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play SimCity hier auf meinem Kanal. Eben waren wir noch im Plus, jetzt sind wir schon wieder im Minus. Und natürlich auch auf deinem Kanal, ne? Guten Tag. Alter, ich hab meinen Rohölexport fast so weit gesteigert, wie nötig, aber es fehlen, glaube ich, noch 7000 oder so. Warte. Es fehlen tatsächlich noch 7000. Scheiße, das wäre noch einmal 1000 gewesen, ey. Glaube ich, oder? So. Ich baue mir noch einen Busbahnhof, woher hast du noch einen? Ich, äh, ich hab selbst einen, ja, aber, ja. Ich glaube, ich brauche noch einen, weil 49 Minuten war der Zeit, dass ich nicht so gut finde, was muss. Ja, okay, schön. Oh, ich hab hier schon die ganzen Upgrades von der scheiß Bürgermeister-Village. Ja, da musst du aber erst auf 80% kommen, um alle zu kriegen. Handelstransaktion des Monats, ja, schön. Ja, komm erst mal auf 80%. Oh, die meckern schon wieder, dass sie alle dumm sind. Ich bin... Oh, Clemens spielt Battlefield. Was soll ich denn nur machen? So was Zäftiges. Ehrlich, was soll ich machen? Soll ich noch eine Grundschule aufstellen? Dann hab ich drei. Hochschule. Dann hab ich... Hochschule hab ich auch schon fast maximal ausgebaut. Komm, ich baue jetzt an die Hochschule noch was ran. Ich hab, glaube ich, nur eine Grundschule können das sein. Ma. Pullenscheiße. Das geht ja mal gar nicht. Ich hab ich Kohle oder so. Erzkorte hab ich. Ah, Kohle hab ich ja auch. Dann baue ich mir ein Kohle-Graffekt. Natürlich mit dem Stadtzentrum. Klar. Ich hab ja mein Kohle-Bergwerk auch, äh, mitten im Wohngebiet drüben in End of Metal. Sag mal, das ist schon wieder... Oh, nee, da muss ich jetzt ernsthaft sieben Industriegebäude halten. Ja. Nee, Alter, ich hab keine. Wir können nicht mehr anbauen. Müsste aber reichen bis sieben Stück jetzt mal hier. Oh, ich kann nicht dir danach wieder abreißen, Industriegebäude. Oh, Alter, du kackst grad so ab, gell. Ja, nicht stark ab. Doch, du. Ja. Was kann ich denn jetzt hier in der Stadt noch machen? Oh. Ach so, ich sollte vielleicht mal was tun hier. Ich lass die ganze Zeit das Spiel laufen. Sollte vielleicht mal auf Pause drücken oder so. Quatsch. So. Ähm. Das heißt, man hat wahrscheinlich grad auch die ganze Zeit Hintergrundgeräusche bei mir. Nein, nur grad eben. Okay. Du hast gesagt, ich hab das... Ja, da hab ich mein Handy dann näher rangeholt und so, weißt du. Ja, was mach ich denn jetzt noch in der Stadt hier? Schlecht ausgebildete Mitarbeiter. Sag mal, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Soll ich euch in eine Universität hinsetzen oder was? Ohne Unterricht. Warum? Weil da keine Bushaltestelle ist. Das wäre der Grund ein. Das Problem ist halt bei mir auch. Ich hab keine Ahnung, wo mein Wohngebiet aufhört. Sind das da oben jetzt... Oh mein, nee, das sind keine. Nee, das ist kein Wohngebiet. Hier könnt ihr noch eine hinstellen. Maa, jetzt kann ich da nichts dranbauen. Boah. So. Ernsthaft? Da kommen echt alle Schulbusse in einer Schlange an hier, ey. Naja, wie bei mir. Aber das hier sieht schon verdammt geil aus, Alter. Ich glaub, davon muss ich mal einen Screenshot machen. Was war das? F10, oder? Ja. Ich weiß es nicht. Ja, war F10. Das sieht schon verdammt geil aus. Das hab ich vorhin gesucht. So. Strom. Oh, du musst dich mal erforschen. Ich mach wieder Hardcore Minos hier. Mega Hardcore Minos. Komm, jetzt exportiert hier die Scheiße. Wenn wir jetzt diese Nacht nicht diese scheiß 160.000 haben, dann verlasse ich diese Stadt unten und fang an zu heulen. Ich kann in dieser Stadt wirklich nichts mehr machen. Ich hab jetzt schon wieder 1,3 Millionen hier. Transaktion des Monats. Ah, jetzt mach ich auf einmal wieder Plus. Genau. Hast du einen Hafen? In der Stadt hab ich kein Wasser, aber drüben in Eintopf Metal kann ich mir einen bauen, ja. Ja, bau da mal einen. Da können die dann so fahren und so. Äh, ja, gleich, aber ich warte noch eben die 5 Stunden ab hier. Ob wir es dann vielleicht mal geschafft haben. Oder dann doch nicht. Weil wenn nicht, dann dann kotze ich dem Spiel hier in den Hals. Zu schlecht ausgebildete Mitarbeiter, sag mal, wollt ihr mich eigentlich verarschen hier? Sind vielleicht deine Leute, die von drüben alle kommen, dumm oder was? Ich hab nur eine Kontrolle und damit schwarz ich kein Mensch. Auch und es sind nicht mal alle in der Grundschule drin. Acht, ihr wollt, ihr wollt Straßen-Upgrades, okay. Also scheinbar fahren die woanders hin. Arbeiter, Laden, Besucher, Bilder, Schüler, Studenten. Da kommen sogar von Eintopf mit irgendwelche zu mir. Hä, loi. Schüler und Studenten, tausend. Zu viele Leute hab ich da gar nicht Platz. Ich hab doch nur eine kleine Grundschule mit 950 Leuten. Aber das Bauprojekt geht auch vorrang. Ja. Nicht. Aber eher langsam dann. Naja, wenn überhaupt was kommt. Naja, das ist ja, weil ich momentan nur in dieser Stadt hier bin und hier halt nur mein Recyclingzentrum hab, also das Zeug nicht produziere. Jetzt kenn ich das Problem von den Idioten, die wollen sich alle ausbauen, aber die Straße ist dafür zu schlecht. Na. Früher drauf kommen können. Wenn ich jetzt das Industrie wieder abreiße, ist das dann auch das Kohlewerkwerk weg, oder? Ne, ich glaube nicht. Ah, lass ich halt die vier Industriegebäude da. So, wie sieht's denn aus? Äh. Wir haben weniger Rohöl verkauft. Okay, ich bin weg. Kotzt mich jetzt an. Ja, ganz ehrlich, ich hab keinen Bock mehr hier drauf, ja. Vielleicht später irgendwann mal wieder. So, und in Eintorf Metal sollte ich jetzt einen Hafen bauen, ja? Jo. Okay. Okay, öffentliche Verkehrsmittel. Warum sind denn meine scheiß Gebäude alle undicht, ey? Was, undicht? Naja, Dichte. Ohne Unterricht, ey, da geht's um Unterricht! Ja, das denk ich mal. Geht aber keiner hin! Hier wollen wir auf die Bibliotheken gehen, dann werden sie jetzt schlauer. Kannst du auch mal machen. Bei mir leidt ein 1 Jahr in der Bibliothek aus, Alter, ein 1 Jahr. Also in der Hauptstadt, meine ich, also. Komm, wir bauen da eine Kurve hin, eine ganz coole. Ja, genau. Die jetzt zwar alles kaputt gemacht hat, aber egal. So, also wir bauen hier schön... Ja, wir machen hier schön Metall und Legierung. Und ihr seid krank, okay. Das da ist abgebrannt. Oh mein Gott, mein Admasser. Nicht genügend Abnehmer. Das heißt, ich muss ein Handelsdepot. Fehlender Strom. Sonst noch wer? Ach, hier oben, das Wohngebiet ist wieder komplett unzufrieden. Komm, dann reißen wir wieder das ganze Wohngebiet ab hier. Tschüss. So, äh, was wollte ich jetzt machen? Mah, ich bring' Geld mehr. Achso, zu wenig Abnehmer, genau. Versand... Versand... Das da ist nur Erze. Das da hinten hat Versanddepot... Oder? Ne, Legierung und Metall ist das. Ach, okay. Das da ist... Ich hab tatsächlich kein Handelsdepot mehr. Wo hier... Die Scheiße exportiert wird, da... Werde ich mal noch so eins bauen. Also, ich exportier gerade Kohle aus meiner Hauptstadt. Ja, in meiner Hauptstadt... Was läuft eigentlich? In meiner Hauptstadt exportier ich Öl. Und da sollte ich eigentlich sehr viel machen, aber ich mach nicht viel. Das ist das Problem. Ich würde die Gesundheitsversorgung Geld. Lol. Dann schickst du wahrscheinlich irgendjemanden Krankenwagen. Achso, das kann sein, ja. Da ist die Möglichkeit vorhanden. Eintopf Thrillist in Eintopf Mine schickt Ihnen keinen Strom mehr. Also, ich hab genug Strom, weil mir kannst du abzapfen. Warte mal. Wenn du brauchst. Wie sieht's denn mit mir aus? Ach, hier sind schon wieder alle zu dumm, Alter. Klassenzimmer voll, ja, dann baue ich halt... Mir wäre es ja nicht zu dumm. Deine Streifenwagen kommen zu mir gefahren, hier. Oh, okay. Was machen die bei dir? Aber wie ist die ganz, ganz, ganz Chaos, Alter? Die chillen bei mir. In der Ölfabrik, da rauchen sie ein bisschen was. Soll ja auch Verrückte geben, die Öl rauchen. Oh Gott, Alter. Ist die Folge nicht eigentlich schon wieder vorbei? Ich weiß es nicht. Ich guck grad nach. Ne, ne. Okay. Warum stellt sich das dann eigentlich mal aus, hier? Kann man das hier irgendwie einstellen? Das ist bestimmt einfach so dumm. Tipps und Hilfe. Wie sieht's denn aus bei mir mit dem Strom? Strom ist... Oh, Strom ist aber wirklich knapp hier. Hast du eigentlich jetzt schon irgendwas erforscht in der Uni? Äh, ich bin am... Ne, ich bin am Laden und ich erforsche gerade... Ähm... Na hier. Die... Die Winddinger hier. Windstromding. Ja, okay, das ist gut. Diese großen... Ja, ja, das ist gut. Und dann mach ich irgendwie verbesserte, ähm... Kohlekraftwerk. Hm. Was denn überhaupt nichts verbraucht und... Äh, ganz wenig Verschmutzung hat. So, Wasser ist alles in Ordnung. Ab Wasser schick ich ja zu dir die Scheiße. Ja, da hab ich bald keinen Platz mehr zum aufbauen. Ja, ist mir egal. Ich schieb die Scheiße unter. So. Okay, was muss ich denn jetzt hier noch machen? Ich geh mal hier drüber in mein Metalldingster. Was kann ich denn da noch machen? Achso, verbessertes Kohleberg. Also, okay, ich hab herausgefunden, dass bis 200.000 Einwohner ist die Stadt alles noch in Ordnung. Ja. Und dann ab 200.000 zu 250.000, dann hast du dann nur noch 5.000 Profit. Boah, hast du die 20.000, dann hast du nur noch 5.000. Hm. Und hast halt ein übelstes Problem mit Müll und Scheiß. Hm. So viel Müll kannst du gar nicht bauen. Ja, nee. Ich hab ja jetzt schon ein übelstes Müllproblem und ich hab ja schon zwei komplett ausgebaute Müllhalden. Zu wenig Simoleons, leck mich doch am Arsch. Ja, was ich hier auf jeden Fall hab, ist Erz, Alter. Ohne Ende Erz in ein Top Metal. Das ist wirklich der Hammer. Ich hab jetzt doch mein drittes Bergwerk hier hingesetzt. Und dann werde ich wahrscheinlich auch noch eine Schmelzhütte hinsetzen. Und dann geht hier die Party, Alter. Da brauchen wir nur noch Fernsehgeräte. Warum wir denn... Ja, die können wir ja kaufen dann irgendwann. Nee, eben nicht. Wir müssen sie erst mal bauen und dann können wir sie kaufen. Brauchst du ja nicht so viele bauen. Ja, das ist ja das Problem, ja. Weil ich krieg in meiner scheiß Stadt, das nicht auf die Reihe, so viel Öl zu exportieren. Beziehungsweise macht das... Warum musst du denn Öl exportieren dafür? Weil ich dann hier meine Rohölzentrale ausbauen kann und dann kann ich damit dann irgendwie... Und bla. Im blauen Keu. Genau. Betrüger aus Schlaubi-Schlumps Cave nehmen lokale Betriebe ins Visier. Na super, dann muss ich hier ne Polizei bauen. Die Polizei... Die Polizei... 30.000. Scheiße. Hier, zahlen wir mal den Kredit ab und dann nehmen wir uns mal neun. Und dann bauen wir uns mal ne Bulle. Ne Bullerei. Ne Bullerei. Ja. Die bauen wir mal... Die bauen wir mal... Die bauen wir mal da hin. So, jetzt haben wir ne Bullerei. Ende. Ja. Jo. Meinst du? Ja. Ja. Aber ich will hier noch mein Kohlekraftwerk-Bergwerk-Ding, nicht Kohle-Weiß schon ausbauen. Ja, komm, wir den nächsten Fall machen. Ja, ich hab's jetzt aber noch gemacht. Bin ich jetzt ein Badass? Okay. Jo, und sowas von. Oh, das ist aber cool. Ich muss es aber noch weiter ausbauen. So. Jetzt ein Schild noch drauf, so. Und, äh, ja, dann würd ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, oder? Jo. Scheiße. Scheiße.